So Leute, willkommen zurück zu Portal 2 mit Rheemka, die mir noch immer den Weg versperrt, weil sie so gut gebaut ist, wie sie sagt. Aber, aber, aber ich hab dich doch noch lieb. Ich will doch du bei mir bleibst. Geh weg, geh weg! Verpiss dich! Dankeschön, Dankeschön. Ich schätze es sehr, dass du wirklich meine Anwesenheit so sehr schätzt in diesem Let's Play. Ja, deswegen, hallo wer läuft hier wem nach? Lauf ich dir nach oder du mir auf dem Laufband? Ja, ne, du bist ein bisschen, ne, 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 ne. Du musst halt ein bisschen mehr laufen als ich. Ja, ich lauf dir nach. Dann geb ich dir Windschatten. So einen fetten Windschatten hast du gekippt. Glubbel, Glubbel sind hier. Glubbel sind da. Ja, jetzt können wir springen, ey, ist voll cool. Das gab's auch bei Tag. So, da hab ich auch mal ran geblubbelt. So, okay, ich... Moment, du musst noch mehr blubbeln, und zwar hier. Wohin? Hier. Ach so, wie komm ich da hoch? Äh, ja. Hallo, hier, so. Dann kommt das Blubbel aber runter zu uns. Ach so, so meinst du das? Ja. Ah. Okay. Da, 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 da. Okay. Okay. Dann müssen wir wohl da hoch jetzt. Geh mal weg, dicke Knutschkugel. Mann, das war mein Durchgang. Nö. So, und jetzt müssen wir... Also, sei nicht immer so, so... Hä? 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 Was mache ich? Wo bin ich? Wo war ich? Ich war in eine andere Dimension-Karte. Ich bin froh, dass ich wieder bei dir bin. Äh, setz mal deine Portale bitte jetzt da unten eins. Da unten an einem der Dinger. Weißt du? Nein, nicht hier. Hä? Dann geh mal weg. Da unten an einem ist genau an dem Ding. Genau. Und jetzt setzt es da. Ja, 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 ja. Ja, ich würd's dann nur sagen. Wiii! Blubbel! 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 Oh! Du hast es falsch gemacht mit dem Ding. Er versucht es mal. Gar nicht. Ich hab's richtig gemacht. Da war noch nicht genug Blubbel. Ja, eben. Du hast es vorhin falsch mit dem Blubbel gemacht. Gar nicht. Blubbel! Blubbel! Jetzt ist alles voll geblubbelt. Okay, wir können. Du bist voll geblubbelt. Ich bin überhaupt nicht voll geblubbelt. Okay, los. Setz dein Portal. Blubbel! Blubbel! Okay, ich blubbel zuerst. Blubbel! 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 wir wissen nur was entertainment ist meine lieben freunde ja okay hier haben wir so eine blubbelding nein das ist meins das ist meins ich habe es gesehen ich habe es echt zuerst gesehen da hinten gesehen ja aber wo blubbelst dahin dahinten kann ich im portal setzen ja wir können portal setzen und jetzt muss man es ein portal setzen die frage ist wo muss ich ein portal setzen möchte wenn ich hier wieder zurückkomme dann ist das portal weg weißt du weißt du stehe ich vielleicht also habt ihr auf jeden fall ein portal kann ich da nicht durch kann man sich drucken ja man kann sich drucken auch kommen wir können wir nicht sagen dass ich eine glasscheibe ist es gibt unsichtbar während ich im spiel darf ich mal gucken gehen setzt du mal bitte portal da oben muss der blubbel hin schaffst du das von da lass mich mal rein lass mich mal rein und gucken lass mich schon mal ran ran an die wurscht so da ist einmal blubbel ah ja warte da oben könnten wir einmal ran blubbeln ja mach mal bitte ja perfekt läuft doch super noch mal bitte ja schön 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 noch mal bitte die karte hier alles voll spritzt du spritzt das gerade voll ne so warte und jetzt muss ich da es geht doch es geht doch ihr auf mich voll zu blubbeln wenn ich springe so ok bin da gut wer noch jetzt muss ich den blubbel ich hier ran machen glaube ich oder gute frage wenn ich das da rein blubbel doch ich komme noch dahin ok ja ist gut sehr schön ok hier noch mal da oben noch mal drückt man noch mal vorsicht ja warte 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 ja ist ja ok man ein bisschen lang es kommt sogar bis zu mir so warte mal wenn ich das jetzt so mache komm lust noch einmal blubbeln wie gesagt braucht man jetzt da noch mal hat sie nirgendwas getroffen sich doch nicht nö es geht voll ins wasser blubbeln mal noch mal bitte warte 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 gibt es da unten ein portal wo man gibt es nicht ne der blubbelt voll vielleicht musst du du musst deine schlicht schranke hier hin machen damit er dagegen abprallt damit sowas ja runter geht runter ja genau und dann kannst du jetzt noch mal blubbing gehen springen doch nein was tust du nicht abschließt müssen diese menschen sterben die menschen menschen sich dann irgendwelche menschen ein komplein ein sehr sehr guter twist in der story es gibt auf einmal menschen wahrscheinlich hat klar das folgt interessante story erzählt und du wolltest ja wahrscheinlich weil ich so ego bin so ein nettes spring blubbel ja sehr gut ich sollte weg sind wirklich hier ist mir jedes mal ja klar ich habe immer so schön nachricht man steht wo es vom user blockiert einen heroischen rettungsakt dokumentieren werde ich dafür sorgen dass euren namen in den fußnoten erscheinen ja warum warum habe ich eigentlich so ein männchen zeichen hier mal in meiner kabine ich auch gar kein mädchen was keppi ein mädchen obwohl wo ist eine keppi alter wo hast du das zeichen ich weiß nicht was du meinst ein mädchen da 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 so wie auf dem herrenklo das mädchen schild so das steht für mädchen ich sag mal wo 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 ist das an meiner kabine eben ach so die verheimnisse deinen zuschauen irgendwas ja andauernd regelmäßig jeden tag so ok da hinten ist blubbel glaube ich alles ist das ist das ist blubbel das ist blubbel ja es ist blubbel aber gibt es ja noch ein drittes blubbel ne ich glaube nicht da ist geklaut weil was heißt geklaut ja das sieht doch gut aus ich habe es geschafft auch guck mal wie gut ich bin und jetzt brauchen wir aber irgendwie noch so ein ding siehst du wir müssen im springen also du gehst los geht das muss jemand hier wieder nach hinten und jetzt fang den ball im spring bin ich ein hund oder was von dem ball los und drei zwei eins los ja nein es ist auch bei los also wenn bei los los ja los 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 kauft mal verklaut sich dass sich zu lang brauchen also 321 los wenn du springst zu früh ich habe doch gesagt nach los musst du noch warten ja dann macht auch dieses 321 los am spiel wie kommt es ja nein warte karte karte bleibt da bleibt da sitzt 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 okay machen Siehst du, so geht das. Ohne deine Kommandos ging das irgendwie deutlich besser. Hast du nicht das Gefühl? Nein, hatte ich irgendwie nicht so. Was ist da? Weiß ich nicht. Eine Treppe ins Nichts. Oh Gott, es ist die Herr-der-Ringe-Treppe. Gleich wird Eisendons einstürzen. Ah, ich bin safe. Du stürzt ein Mann. Oh, buh. Was ist das denn für ein Faker? Ich habe sie coole gemacht. Was war der Faker? Das war ja die richtige Geist, die ich jetzt gerade hatte, das mit der Treppe. So, ich habe mich schon mal im Blubbley gesetzt. Das sind Portale, keine Blubbley. Aber wisst ihr, jetzt quatscht sie die ganze Zeit so von irgendwelchen Blubblen und so. Lass mal. Oh, nee, Katja ist kaputt gemacht. Ah, guck mal. Oh, wir müssen hier, glaube ich, synchron. Oh, guck, hier ist hier so ein Blubbley. Oh, nee, nicht mit dir synchron. So. Was? Hast du irgendein Problem? Warte mal, was passiert? Ich hatte. Oh, okay, wir können das letzte Play auch gerne abpressen. Abpressen. Aha. Wo ist denn hier so ein Knopf? Ah, da. Okay. Aha. Warte. Warte, bleib da. Bleib doch einfach da, Kati. Was denn? Ich mache mir mein Portal. Mach du dir da eins. So, hab mir meins fertig gemacht. Hallo. Jetzt mal. Ja. Nein, du spinnst, was du da machst. Egal, was du da machst, du spinnst. Du spinnst. Ach so, ja, du willst es so lay machen. Ja, hier einmal so und einmal so. Komm, wir machen jetzt hier. Und dann muss das Portal... Ah, du musst mir, du musst mir helfen wieder. Nee, ich muss gar nicht. Ich träume weiter, weißt du. Doch, du musst aber. Ja, schön. Was gefällig ist. Bleib mal bitte noch. Warte mal. Ach, das sind übrigens Renndinger. Ja. Ey, hör doch auf, mein Portal zu klauen. Du musst da auch alles voll spritzen, Kati. Mhm. So, jetzt noch hier, warte. Wir machen mich zuerst. Ja, 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 ja. Mhm. Wir machen nichts, okay. Das hat sich falsch angenommen. So, jetzt ist es jetzt einfach überall. Oh, ich sehe meinen Arsch. Arsch, 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 Arsch. Ich sehe mich von hinten. Ich sehe mich von hinten. Ah, du musst dann hier durchrennen, Kati. Ja, ich weiß. Und du musst wieder das Portal hier setzen. Ja, warte, ich mach schon überall diesen Blubbel hin, okay? Okay. Ich kann ja währenddessen das machen, was Frauen immer machen. Warten. Oh, ich hab voll den Speed drauf. Guck mal, voll wie so eine, wie so eine Ratte auf Speed. Bang, bang, bang. Also so wie normal, oder? Hahaha. Gar nicht. Servus. Oh, das sieht cool aus. Finde ich auch. Moment. Und dann, warte. Aus, aus. Wie bist du da? Hahaha. Okay, komm, wir machen. Ja, aber wir wissen beide, was, was, was Sache ist. Ja, wissen wir. Okay, komm. Okay. Kommst du mal. Nein, ich muss doch erst durch. Ja, dann geh halt doch. Schon okay. Okay, fertig. Warte. Du musst einfach rennen und dann musst du das Portal. Ja, aber ich muss doch erstmal Speed aufkriegen. Ja, aber das kannst du auch mit meinen Portalen, Kati. Nein, dein Portal muss doch da hinten, damit ich katapultiert werde. Nee, du musst doch hier hin, Kati, damit du darüber katapultiert wirst. Oh, du hast gar keine Ahnung. Dam, 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 dam. Warte, jetzt muss ich das richtig treiben. Warte. Oh, das kriegt er nie hin. Oh, der kriegt's nie hin. Nein! Ich bin zu weit. Oh, das war knapp. Das war knapp. Hättest du den geschafft, wenn ich's ein bisschen besser getrimt hätte? Weiß es nicht. Ähm, lass mal bitte auf der Stage hier blubbeln, weil meine sieht irgendwie nicht so... Lass mal, lass mal hier drauf blubbeln. Okay. So, okay. Ich bin ready. Ready to rumble. Wie so ein kleiner Hamster auf Speed. Gar nicht, ich bin gar kein Hamster auf Speed. Wiii. Ja, ja, ja. Abs, abs. So, okay. Jetzt müssen wir irgendwie Würfel da haben. Äh, nein, der könnte das ausfinden. Oh nein, ernst. Ich muss das gleich mit mir machen. Okay, warte. Dann mach ich's. Dann kann er hier stehen bleiben. Äh, du hast zu wenig geblubbelt, Kathi. Kann's sein? Nee, dann geh hier drüben. Geh hier drüben. Nee, obwohl, scheiße. Ich muss ja da rüber. Ja, ich weiß. Aber wo ist denn zu wenig Blubbel? Auf dem Teil da oder hier drauf? Ähm, auf dem. Okay, dann blubbel ich hier noch ein bisschen hin. Ja, das Problem ist nur, ich erreiche die eine Seite davon nicht, ne? Von hier aus. Erreichst du das nicht? Nee, ich glaub nicht. Ich glaub, du musst es erreichen. Geht aber nicht. Ja. Ähm, ja. Erwarte was. Er stimmt, du sagst dir einen Seiten. Und jetzt? Was tun wir jetzt? Ähm, du hättest die Portal schon hinsetzen sollen, dass einer da unten warst. Also, ja, dann nochmal. Dann nochmal. Aber warte, ja, dann lass mich hoch. Lass mich erstmal hoch. Dann geh mal hoch. So, das ist für dich. Jetzt lass mich hier durch. Ja. Dankeschön. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm. Hamster, 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 Hamster. Spitz, 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 spitz. Und 3, 2, 1, los! Schießen! Wee! Okay, bin drin. Sehr schön. Was muss ich jetzt setzen? Gelb. Ja, ich gelb hier hin erstmal. Gelb da hin. Gelb da hin. Ja. Jetzt gelb wieder weg, okay. Hey, das sieht richtig cool aus. Jetzt musst du es richtig timen. Ja. Alles schaffst du nicht. Du musst dann rot, Kathi. Und das Ding ist, du hast nur einen Versuch mit rot. Okay. Und immer wenn du das dieses, wenn sie rund unten sind kannst. Hey, ich weiß, ich weiß. Kathi vertraut ihr. Alter, Alter. War das nicht schön? Okay, jetzt auf dem Knopf. Oh, ich fand's Apple. Oh, ich finde es cool. Ja, richtig geil, oder? Mit dem Speed-Ding. Ja. Du stehst auf Speed, ja? Absolutely. Wee. Haben wir jetzt erst einen Kamm geschafft in diesem Park? Ja. Da ist so ein Weib-Männchen-Zeichen. Ich bin aber kein Männchen. Da auch. Oh, du machst nicht. Schau mal nach. Nee, du bist kein Männchen. Na gut, liebe Freunde. Mit einer speedigen Speedy-Consales-Folge werden wir dann jetzt Schluss machen. Mit euch. Mit uns. Waren wir Schluss, Fug? Wir machen Schluss. Okay, wir machen. Wir machen noch ein paar Kniebeugen. Damit ich nicht mehr so fett bin. Und ob ihr rank und schlank im nächsten Part sind. Das seht ihr halt im nächsten Part. Genau. So ein geiler Cliffhanger, oder? Ja, aber richtig, richtig epic, oder so? Ja. Seid gespannt auf die nächste Folge. Und wir sagen jetzt tschüss. 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 Tschüss.